Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist leer, vorbereitet. Jetzt geht's los. Heute holen wir Heuballen für diesen Winter hier rein. Ja, 20 Stück muss ich irgendwie in der Scheune unterkriegen. Hier kommen jetzt 20 Stück rein und dann habe ich nochmal 20 Stück bei einem Kumpel eingelagert und die holen wir dann uns immer nach und nach. Platz gemacht haben wir. Alles ist soweit draußen. Schauen wir mal, wie es reinpasst. Platz gemacht haben. Platz gemacht haben. Platz gemacht haben. Das war's für heute. 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 Und dann wird man da hinten die Ecke vollballern. Das war's für heute. 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 Ah, das war's für heute. Ah, das war's für heute. Das war's für heute. Ja, das war's für heute. 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 Ich werde auch wieder zwei mitnehmen jetzt und dann einen, also von vorne rein fahren, weil er es dann anstellt und dann versuchen wir die einzelnen rein zu produzieren. Ich denke mal, das ist einfach. Ich denke mal, das ist auch wieder ein. Jaa, wir machen ja kurz schon, dass ich schon jetzt zu lieben, ne? Wie gesagt, zum ersten Jahr bleibt es immer besser. Jetzt freue ich mich auf die Eure-Aufrübeladung, ich muss euch das dann auch noch zeigen. Wir haben gestern angefangen zusammenzubauen, jetzt wollen wir zwei Meter Vierkant raus, da können wir den Bein einfach so reinpacken. Schön mit einem Futterspannnetz dabei, das ist mal richtig eine Steigerung. Feigenden Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020